Musik 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 Das war das nicht, im Moment. Halt, Moment. Ich setz mal das hier ein. 200 gibt ja noch. Ach, das Hals ist ja nur so Illusion Seelen. Die hau ich jetzt weg. Soll ich den Rest mir so verdienen? Ach ne, was solls? Bring mir später... 210 bringen wir später, sowas noch nix. Soll ich den dann bitte einsetzen? Sehr schön. Ein Level ab, bitte. Zum Moment, verdammt. Muss ich noch ein paar Seelen? Zum Glück... Habe ich noch diese zwei gehabt? Jetzt. Aber es ist falsch, oder? Es geht, nein. Natürlich nicht. Aber jetzt brauche ich noch Seelen, um mir Dingens... Pfeile zu kaufen. Haha. Scheiße. Wie kostet denn überhaupt so ein Pfeile-Pack? Der ist ja schon da. Das hat dieser Typ vermissen. Ein Rundschild, natürlich, das kein Schwein braucht. Außer wenn man ins Bettler vielleicht anfängt und kein Schild findet. Oh, ich hab's mal die Verteidigung gebraucht. Das tut mir auch super. Und... Heilen bringt ihm nichts, wenn er gegen mich antritt. Bis er sich zuerst bewegt verliert. Und ich hab ihn weggenascht, wie mein sehr geschätzter Basti sagen würde. Aber der ist leider nicht da. Weil er unfähig ist. Der könnte das gar nicht spielen. Er weiß die Spiele gar nicht zu schätzen. Ich hab jetzt genug... Lesten... Überbasti... Kann man das Lesten zeigen? Ich hab einfach nur ein bisschen... Über ein Gerät. Oh, da. Du stehst immer noch deine Marble zusammen. Dann gehst du hin. Du bist ein... Es ist niemals zu spüren, wenn du... Hehehehe. Hehehehe. Ich möchte Pfeile... Bolzen... Nein, Bolzen. Nicht, Pfeile. Kann ich dir überhaupt... Kann ich dir schon einsetzen? Das würde mich interessieren. Wie viel bekomme ich dann, wenn ich eins so ein Pack kaufe? Ich kaufe mir, glaube ich, nur durch Standard. Für 500... Ah, für 500. 50 Pfeile. Danke. Okay, klar. Hehehehe. Aber ich will meeeer. Oh, ich muss... Aufhören, in diesem Menü zu gehen. Standard Pfeile. 50. Dann mache ich hier nochmal die Runde. Kaufe mir dann Pfeile. Und dann mal schauen, ob mir das genügt. Ordentlich reingehauen. Ich war der beste Axe-Kämpfer. Oh mein Gott. Ich fühle mich bei Paranormal Activity. Das Licht flackert. Random hier. Im Raum. Das kann ich zwar nicht sehen, aber... Es ist... Glaubt es mir, Ruck. Und hier ist nichts. Ganz vergessen. Die Truhe ist schon geplündert. Ich weiß gar nicht mehr, was drin war. Bestimmt irgendwas Unnützes. Und da sind Feinde. Nein. Aber egal. Ich raste ja nicht. Das ist sowieso nochmal. Ich habe mir diese Abkürzung gebaut. Jetzt unser... Schönen... Turmfreund. Da wohnt er oben wahrscheinlich. Was machen... Was würden die eigentlich machen, wenn die nicht da wären? Was? Ewig still auf ihrem Platz stehen bleiben. Das wäre total... Doof. Hey, du. Na? Hey, ein Speer. Und eine kleine Scherbe. Oh. Sehr gut. Wie viele hatten diese Spee? 80. Ach. Aber er ist schneller. Ich glaube, ich bin mit dem Speer schneller. Aber ich will die Axt. Die Axt hat irgendwas. Die Axt hat etwas, das mir gefällt. Und... Scheiße. Anwesieren weggemacht. Zack. Bam. 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 Ja. Ich kann nicht mehr springen. Die Leute da oben randallieren rum. Die zündeln. Als... Hier nix anderes gibt. Ich hoffe, die Pfeile reichen. Sonst war das alles für sonst alles. Alles. Aber wirklich alles. Egal. Genug mit alles. Halt die Schnauze und gib mir dein Zeug. Zack. Wie viele habe ich jetzt? 145. Ich gehe auf 200, glaube ich, oben. Ja, 200. Das ist ein guter Betrag. Nein! Oh, ich wollte nur... Ich habe mich gerade fast gefreut, den einen so schön geploppt zu haben. Ein Ländertuch. Aber ich habe mich zurückgehalten. Vielleicht wusste ich. Habe ich erst irgendwie geahnt, nochmal hier zu kassieren? Ich weiß nicht, ob ich ihn rausfordere. Ich weiß nicht, ob ich ihn rausfordere. Ich habe noch nie so gesehen. Das ist sogar was für mich. Oh. Eine Streitachse. Oh. Habe ich noch nie sowas gesehen. Hallo. Hey. Und... Ich habe mich zwar erwischt, aber das ist eigentlich egal, solange ich nicht draufgehe. Im Moment. Und hier? Ich habe einen Kutschback. Vielleicht glaube ich es schlechter. Ich habe etwas. Ein Brandbombe. 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 So. Hier. Kann ich ja einen Sturzangriff machen. Und... Kleine Scheibe schon wieder. Das freut mich. Da geht mir das... Herz... Auf. Wißt du so? Tschüssi. Und ich bin nicht draufgegangen. Ich bin so stolz auf mich. Wenn ich schleichen könnte, würde ich so gerne dem... schwarzen Alter reinschleichen. Geht. Ich bin so stolz auf mich. Die Zeit läuft noch dazu davon. Noch schnell shoppen. Hallo. Boah. Ich bin gleich immer fähig. Ich glaube, er hat zugestimmt. Ich wollte ihn zappen. Wegzähben. Alter. Für den tue ich jetzt aufbrauchen. Zweifachs Teil. Zaaack. 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 Ich bin doch der beste Kunde, oder? Zaaack. Zaaack. Wie... Oh... Wie viele Pfeil da habe ich? 285. Oh nein. Oh! Ganz vergessen. Du bist hier versteckt. Du verstecker, du. Ich schnette meine Feuer. Denn die haben Angst vor Feuer. Deswegen kommen sie mir da nicht zu nah. Gut. Und was ich mit dem Pfeilen mache. Und wie es weiter geht. Nach dieser... Keine Ahnung, woher von man... In der Brücke. Das ist dann... Ja. Beim nächsten Mal ist das dann... Zu bestaunen. Und so. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.